Das sieht doch schon sehr nett aus. Allerdings nett erreicht uns nicht und darum spannen wir unser Stoffstück wieder in den Stickrahmen ein. Das sieht doch schon sehr nett aus. Wir verankern den Faden. Und stecken wie feucht. Sie haben vom Kästchenstich oben und unten die X-Stiche. Wir stechen sie mitten durch diesen X-Stich durch. Sie kommen von rechts. Ihr Faden liegt rechts, fassen zweimal vier Fäden, also zwei Stränge, ziehen eine Schlaufe. Sie wollen nach links. Ihr Faden liegt links. Stechen sie durch die Schlaufe, festziehen, nach oben in das X. Auf die Gegenseite, durch das X nach unten. Sie kommen von rechts, ihr Faden bleibt rechts, zwei Fadenstränge zusammenfassen, festziehen. Sie wollen nach links, zwei Fadenstränge zusammenziehen und unten in das X vom linken Fadenstrang. Zum anderen X hoch, wieder sie kommen von rechts, der Faden bleibt rechts und bildet eine Schlaufe. Zwei Fadenstränge, zwei Fadenstränge, zwei Fadenbündel zusammenziehen, sie wollen nach links, der Faden bleibt links, zwei Faden zusammenziehen, nach oben durch das X, rüber zum nächsten X, von oben gerade durchschieben, die Nadel. Zwei Fadenstränge, sie kommen von rechts, zwei Fadenstränge, zwei Fadenstränge, zwei Fadenstränge, zusammenziehen, sie wollen nach links, der Faden bleibt links, zwei Fadenstränge, zusammenziehen zum X. Zwei Fadenstränen, zwischen Fadenstränge, zwei Fadenstränge, zwei Fadenstränen, die Nadel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.